das hat doch eine gute form fliegt ja auch einfach so rum ist auch ein bisschen rot das ist schon richtig so rund wie als ob es irgendwie ein kleiner baumstamm war und der dritte stein ist moment dieser hier der ist auch richtig gut man sieht das jetzt beim sonnenuntergang gar nicht mehr so gut aber der hat auch ein wahnsinniges farbenspiel hier so rot und schwarz und dann hier oben ist so wie so eine kristall wie so eine kristallader drin das werde ich zu hause noch mal unter einem besseren licht zeigen und den vielleicht auch noch mal irgendwie schneiden lassen aber der ist auch weiterhin sehr vielversprechend